Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben gerade die HelloFresh Box bekommen und ich wollte euch kurz mal zeigen, was da drin ist. Also ihr Lieben, da war von Beerenmarke ein Milchgetränk mit Erdbeergeschmack drin. Das hat Lina auch sehr, sehr gut geschmeckt. So. Und zwar... Okay. Das sind hier wieder die Broschüren mitgegangen. Und das wurde ihr gestert. Dann haben wir von Knoppers so einen Nussriegel. Die haben wir auch schon gekauft. Die sind bei uns im Kühlschrank. Aber, ehrlich gesagt, schmecken die mir nicht so gut. Dann haben wir hier einmal Barbecue-Snack mit Barbecue und Pfeffer. Und Pfeffer? Genau, von Xox Snack. Genau. Dann haben wir hier nochmal dasselbe Getränk, was schon mal drin war. Omis Apfelstrudel. Das hat mir ehrlich gesagt nicht geschmeckt. Das ist vegan. Das haben wir jetzt nochmal reingepackt. Dann haben wir hier einmal Tafel Meerrettich, Naturscharf. Ich habe das noch nie probiert. Ich bin mal gespannt. Das ist von Koch. Dann haben wir hier einmal von Oettinger Alkoholfrei. Das werde ich irgendwie verschenken oder so. Dann haben wir hier ein Nussmagazin. Machen wir mal direkt weiter hier. Oh, das sieht gut aus. Dann haben wir hier von Lavazza diese Kaffeekapseln. Aber ich habe leider keine Kapselmaschine. Dann haben wir hier von Haribo Fruitmania. Und das schmeckt eigentlich ganz, ganz gut. Das ist auch vegan. Dann haben wir da ein Eistee. Der ist von Tefe Eistee mit Apfelgeschmack. Habe ich noch nie gehört. Da bin ich mal gespannt. Zuckerfrei und Spaß dabei. Das ist gut. Dann gehört das jetzt Lina. Wenn das zuckerfrei ist, ist das ja perfekt. Dann haben wir einmal hier von Pfanna Eistee gefüllte Bonbons mit Lemon Lime. Da bin ich mal gespannt. Ich hatte die Orangenen bis jetzt. Die haben ganz gut geschmeckt. Mal schauen, wie die schmecken. Das hatten wir auch mal drin. Naturally Crunchy Variate Pack. Ne, das hatten wir nicht drin. Wir hatten nur mit Schokolade. Hier sind drei verschiedene Sorten drin. Kanadischer Ahornsirup, Hafer und dunkle Schokolade, Hafer und Honig. Dann haben wir hier nochmal das, was Lina schon getrunken hat. Das hat hier sehr gut geschmeckt. Odell auch. Der hat das auch getrunken. Das ist einmal Milch mit Bananengeschmack. Auch von Bärenmarke. Dann haben wir hier einmal Creme Fin zum Kochen. Das passt ganz gut. Das wollte ich mal ausprobieren. Ich habe das noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt immer Schlagsahne. Und hier haben wir Oreo. Genau. Das war es auch. Das essen wir eigentlich gelegentlich mit der Milch immer. Aber das werde ich aufbewahren für den Winter. Ja, das war es auch. Das waren jetzt die ganzen Sachen. Und hier. Ehrlich gesagt, wir wollten heute nach Düsseldorf fahren. Aber wir haben uns jetzt noch umentschieden, weil das Wetter nicht so schön ist dort. Es soll wohl regnen. Deswegen werden wir jetzt in die Stadt fahren und mal schauen, was wir alles machen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. 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 wie viel hast du bezahlt was ihr lieben für alle die die beidam feiern wünschen wir einen schönen gesegneten beidam ich hoffe ihr habt viel spaß mit eurer familie und ja wir gehen auf jeden fall jetzt für die eine einbeidam geschenk kaufen sie sagt sie darf sich etwas aussuchen so ihr nehmt ist jetzt wieder nach hause gekommen weil die das total müde gewesen sie schläft jetzt wir warten jetzt bis sie aufwacht dann geht es total so aus und von dazu kaum fliegt ich habe gerade ein paket bekommen von unerwartet ich wusste echt nichts davon und zwar von und hier steht ml be the best kenne das wenn ihr aufgeregt seid genau auf jeden fall habe ich das geklickt bekommen und ich dachte da ist vielleicht das sind vielleicht irgendwelche kapseln zum abnehmen drin noch mal oder irgendwas was da drin war heute steht mir das so von ghettomäßig und dann war da noch so ein zettel mit drin da steht liebe emel wir freuen uns dich als shape babe mit im team zu wissen als dankeschön für die tolle zeit senden wir dir ganz exklusiv unsere neue shape babe cap du bist eine der ersten die sie in den händen die sie in den händen hält wir hoffen du freust dich genauso sehr wie wir dein shape world team patrick lisa und charla und das gute ist das ist so gut verarbeitet leute das ist so dick angenäht und hier ist wenn man dann steht hier noch mal schön ich finde das ist sehr schön verarbeitet und ich bedanke mich noch mal herz herz herzlich so wir warten jetzt eigentlich schon noch auf lina und wir haben schon fast halb sechs lina schläft übrigens mein ängelchen genau ja wir warten jetzt auf sie und dann so auto hat gerade essen gekauft einmal für ihn einmal für lina schwarz das voll viel und das ist ein lach mal schon für mich und das ist brot ich zeig euch mal kurz was wir so einiges mitnehmen morgen ich habe die hier bei kaufland gefunden das ist fruchtmoos apfelbanane dann nehmen wir diese multivitaminsäfte mit dann einmal diese magdalenas die beiden aus der brandnews box und das war eigentlich für heute gedacht aber hat lina nicht gegessen und jetzt zeige ich euch mal linas jetzt einmal diesen kinderwagen ne genau das hast du dir selber ausgesehen wo ist dein baby ja du hast auch da ein nest ne du hast da mein parfüm reingetan ne du hast einfach gefeiert willst du das auch gezeigt ja deinen baby war ja der baby war ja so wir 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 und auch wir 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 Hallo ihr Lieben, so ihr Süßes, wir gucken jetzt einen Film und danach tschüss schlafen wir Wir wollten uns von euch verabschieden, richtig, richtig Schlaf schön, wir sehen uns dann die Tage wieder, Peace